Keine Leipziger Buchmesse, auch im Jahr 2022. Keine Leipziger Buchmesse. Keine Begegnung von uns Schriftstellern mit unseren Lesern. Kein Austausch über Literatur, über neue Bücher, neue Ideen, neue Projekte. Kein Miteinander, wieder ein stiller März in Leipzig. Still, nachdenklich und betrüblich, wie sich auch mein trauriger Held in meinem Roman Bodenloser Fall fühlt Sascha Wallot. Dazu ein kurzes Stück aus einem Kapitel. Die Wände des Zimmers rückten näher an ihn heran. Ihm wurde eng ums Herz. Sein Puls schnellte nach oben, sein Atem ging flach. Hatte er bei Agathes Tod gedacht, den Höhepunkt an Verzweiflung erreicht zu haben, war die damalige Lehre nichts im Vergleich zu der Kälte, die er plötzlich empfand. Er war allein. Allmählich dämmerte ihm die Erkenntnis, in Wahrheit stets allein gewesen zu sein. Waren die Menschen um ihn herum nur Spiegel seines eigenen Selbst? Da war der Vater als Vorbild übermächtig. Da war Agathe, die seinen Sorgen und Nöten gelauscht und ihn ermuntert und getröstet hatte. Sonst, all diese Freunde und Bekannte, nur schön Wetterfreunde, wer hatte ihn je wirklich berührt? Für wen hätte er im Notfall alles stehen und liegen gelassen? Für keinen. Und keiner für ihn. Sascha zitterte. Der Puls raste. In der Brust steckte ein dumpfziehender Schmerz. Der Atem ging flach und hastig. Die Hand tastete nach dem Notfall Knopf, aber er drückte ihn nicht, starrte stattdessen bleiern und gedankenleer auf die Decke, die sich weiter auf ihn herabsenkte. Dann sah er sie, die Skizze der Kunstmalerin. Sein Gesicht, perfekt getroffen, der Schwung seiner halblangen Haare elegant, eine stolz aufragende Stirn, ein rundes, profiliertes Kinn, wohlproportioniert die Nase und offene Augen, ein attraktiver Mann und zugleich eine hässliche Fratze wie das Teufelsantlitz eines mittelalterlichen Höllenreliefs. So hatte ihn die Kunstmalerin gesehen und gemalt. Sie hatte ihn vergeblich gerettet.